Hallo Leute, also ich stehe hier im Occupy Camp in Frankfurt und zwar sieht es gerade sehr schlecht um uns aus. So wie es aussieht, wie wir am Montag die richtige Entscheidung fallen, dass wir das Camp während der Occupy-Tage vom 16. ab 8 Uhr morgens, also Mittwoch 8 Uhr morgens bis zum Sonntag um 16 Uhr zu verlassen haben. Und wir haben die Befürchtung, dass wir dann nie wieder kommen können. Und von daher lade ich alle Menschen ein, zu uns zu kommen am Dienstag, auf Mittwoch oder auch Mittwoch morgens, die in der Lage sind, ruhig mit uns hier vor der Räumung zu chillen und mit uns friedlich abzuwarten, was passiert. Und wir brauchen hier Leute, die in der Lage sind, unter allen Umständen friedlich zu bleiben, denn wir sind für friedlichen Protest und Friedlichkeit steht für uns an erster Stelle und wir wollen, dass Blockupy friedlich wird. Und daher wollen wir für den Erhalt des Blockupy Camps in dieser Zeit uns einsetzen, damit Blockupy ein großer europaweiter friedlicher Protest wird. Und daher kommt zu uns Dienstag Mittwoch nach Frankfurt und chillt mit uns hier im Park.